Einen Floschenkontag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal in dem heutigen Video. Ihr seht es schon, habe ich Level 100 im Battle Pass erreicht und das nächste Ziel ist natürlich Level 160. Komisch ist, gerade war ich noch Level 99 in der Runde und zwar erst zur Hälfte. So und jetzt habe ich schon Level 100 freigeschaltet, das finde ich ein bisschen merkwürdig, aber hier habe ich schon die Level 100 Sachen freigeschaltet, was ich komisch finde, weil ich die eigentlich nicht freigeschalten hätte, aber okay, nehme ich von mir aus auch gerne so an. Das ist hier wahrscheinlich noch Extrasteal, keine Ahnung, war der auf 99 oder 100, ich weiß es nicht. Level 100 steht jetzt plötzlich hier, gerade stand da noch 99, okay, wir können mal im Battle Pass schauen, aber dass es diese zusätzliche Stilvariante gibt, das steht hier nirgendwo. Okay, gut, da haben wir Level 100 erreicht, würde sagen, wir sehen uns zu einem neuen Fortnite Video, wenn ich Level 160 erreicht habe, denn dann gibt es ja einen neuen Stil und zwar Schlüssel Herausforderungen der Woche 9 ab, das zu einem und, ah, beliebige wöchentliche Herausforderungen ab, okay, also muss man gar nicht 160 sein, gut zu wissen, was ist das für ein Stil, okay, der schimmert noch ein bisschen. Ah, okay, ich finde den jetzt irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen, ich nehme einfach mal den hier, würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die letzten beiden freigeschaltet habe und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.